Musik Wir setzen die größtenteils Fußgänger hier in Leihrollstühle und zeigen denen, dass Rollstuhlfahren Spaß machen kann. Wir waren ja gerade in einem Filmworkshop und der Filmworkshop war gut insofern. Wir haben viele Neues gelernt, was Perspektiven anbelangt. Wir haben viel über Perspektiven geredet. Wir haben auch einen Probefilm gedreht und haben versucht, es umzusetzen, auch Nahaufnahmen. Also die Erfolge zu sehen für die Jugendlichen, machen persönliche und auch soziale. Ja, da merkt man, wie schwer Rollstuhlfahrer es haben, weil die ja nicht laufen können. Und ich habe vorher nicht gewusst, dass man so tolle Sachen mit dem Rollstuhl machen kann. Dass sie einfach merken, dass das eben Spaß machen kann. Dass das nicht so ein verstaubtes Hilfsmittel ist, wo man einen großen Bogenbau machen muss. Oh Gott, oh Gott, und wie schrecklich. Und die armen Menschen, die da jeden Tag umsitzen müssen. Sondern dass sie merken, ey, ist gar nicht so schlimm, macht Spaß. Ist cool. Musik 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 Musik